Damals noch viel Bundesliga-Hockey auch, was wir jetzt auch wieder haben, aber in Kombination dann auch noch mit Nationalmannschaft, ja, ist das so die Frage, was gibt man da mit einem Weg? Einfach am Ball bleiben, machen, aber beides diszipliniert und nicht eins auf der Strecke lassen, weil beim Hockey, wir sind Amateure, es ist schon wichtig dann auch die Ausbildung nebenher noch durchzuziehen. renovate